hallo sehr werte zuschauer und zuschauerinnen heute zum replay of the week mit dem oho und ja gespielt von bowser auf der karte minen und wir sehen hier er ist hier top tier mit seinem achter und ja da kann es natürlich nichts schöneres geben als mit diesem fetten gerät top tier zu sein hat auch schon hier dementsprechende markierungen also wir wissen oder können uns schon mal da denken er weiß den zu spielen und am ende wirklich eine schöne runde rauskommen dabei ihr seht mods sind immer noch nicht aktiv wie gesagt da gibt es einfach ein problem mit der replay funktion sobald man mods aktiviert hätte deswegen hier war die ersten zwei sind schon ganz schön schnell geschichte in seinem team und er fährt hier die achter neuner linie er den klassiker für sony da ist das schon der erste tiger oder auch löwe und der erste schuss hat schon getroffen der war nix ist natürlich auch ein bisschen eng hier also so jetzt will der erste durch den läster passieren jetzt kann er wieder vor und 420 geht das hat das schöne an der he-mumpel man muss halt nicht so genau zielen und als primo hat hat er dann hielt 0 zu 4 stets allerdings schon sehr unschönes ergebnis bis dato das drückt da mal weiter also dafür dass er so fett ist ist er sogar einigermaßen fahrbar wie man sieht und man kann mit der kanone auch immer auf dem turm zielen ist total wurscht nur dem löwen passt nicht so 0 zu 6 was ist denn da los ja endlich der erste kill und schön ins drehkreuz zwischen wanne und turm aber der löwe der gibt immer brav zurück jetzt ist er weg hat sich bisher auch noch nicht für ihn interessiert dass er selten dieses fahrende hochhaus ist nicht so schwer so 5 hp aber die muss er machen weil selbst wenn er sich den auf sparen wollen würde die granate im rohr kriegt er vielleicht noch einen von dem und dann schwerst auch doof so denn die arti er wollte den schnellen schuss um eventuell den kill zu bekommen aber hätte sich mal zeit lassen können wie man sieht hat er sich jetzt dahinter den stein verdrückt dementsprechend lässt das da jetzt auch wohl gut sein doch nicht oder doch vielleicht oder vielleicht noch nicht auf die arti kommt da de facto nicht drauf sein team kept und m4 ein bisschen zu spät jetzt kann er natürlich auch nicht so einfach hochfahren weil wenn er jetzt hoch fährt dann bekommt das natürlich von hinten von der seite deswegen fährt er jetzt rückwärts hoch ob er noch schöne ziele ja und da bekommt er das heck und da macht der m4 a1 revolver sie einfach schnell die biege hat seinen zweiten kill aber es ist noch einiges da und ich sag euch ich spoil euch ein bisschen es wird noch einiges so jetzt kämpft dass ich langsam den berg hoch da hat er den cdc seitlich ja da macht er kurzen prozess und jetzt kommt der is3 der ist aber noch voll der verschießt erst mal unten front und gerade so hat er dennoch hat man gehört wie die granate geladen worden ist und dann konnte er da den schaden anbringen aber ebenso frontal ist der jetzt gegen den is3 mit seiner kanonik gar nicht so im vorteil aber weg wäre schön so hier ist 3 3 ab jetzt kuschelt ein bisschen rammt ihn hier weg und man sieht so ein kleiner schaden auch noch mal 50 so erst drei wieder und jetzt schön oben auf dem deckel drauf so jetzt ist er alleine gegen fünf und nochmal und jetzt bekommt er sogar von hinten aber ist ihm egal ist ihm einfach egal so der is3 macht es hier nicht gut er hätte einfach mal versuchen sollen wenn er so auf ihn zufährt dass er einfach mal an die seite kommt aber so definitiv nicht jeder he-schuss ist halt einfach irgendwo doch ein damage und da kommt der nächste is3 dachte jetzt hat er es geschafft aber nein da ist noch einer so auch der prallt ab und er gibt ihn auch wieder einen auf den deckel ich stelle mir das gerade so optisch vor wie wenn so bad spencer oben jemand auf den schädel haut und jetzt macht es der gegner hier nicht gut der skoda nimmt er ihn hier raus sehr schön gemacht skoda hätte von hinten ran kommen müssen aber nein jetzt versucht er is3 seitlich macht auch da den hit und den schaden sehr schön da hat er sich seitlich versucht und er nutzt es aus umfährt ihn ein bisschen und kommt hinten auf den deckel drauf macht da den monster hit sehr schön so da hinten ist der vk 28 das heißt der vk 30 steht also jetzt im cap er lässt sich hier droppen muss richtung cap natürlich auch fahren und dann hat er ihn ja setzt den cap damit zurück so von drüben kommt noch mal ein ungemach und geladen hat er und er ist nimmt ihn raus und jetzt last but not least einen gibt's noch er bekommt auch schon die gratulation für das bisher gezeigte jetzt fährt er wohl den cap und lässt damit den anderen vk kommen sehr sinnvoll den zu jagen würde ich jetzt nicht machen oder ich mach da ja ja aber er zeigt sich schon also er ist da nicht so der der sich da jetzt hinter dem Haus versteckt der t34 85 der hatte auch noch mal irgendwann mal bessere tage und sein turm oben drauf jetzt müsste der vk wie gesagt müsste jetzt entweder kommen jetzt macht das noch mal spannend 131 hat er noch so und jetzt wartet er hier bis er wieder aufgeht jetzt muss er hoffen dass er da die gleiche Schoße bringt und jetzt fängt es Pingen an jetzt weiß jeder jeder was worauf er fährt wie er kommt und was passieren wird und er zieht sich jetzt einfach mal von da vorne so ein bisschen zurück ooooh sehr schön Auto-Aim und einfach mal hingebratzt und weg war er ja nice round 3000 geblockt durch Panzerung 7000 Schaden gemacht 8 Kills Redlay Walters was soll ich noch sagen in dem Fall es waren 2070 Basis-XP sehr nice sehr geile Runde verdientes Replay of the Week wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da oder auch ein Abo wisst ihr es sehr gerne genommen bis zum nächsten Mal euer Alcaramba 3 abilir exem 17 week 1 2 3 2 6 5